Weiter geht's mit Age of Wonders 4 und unserer Eiskönigin. Und ich habe in der letzten Folge tatsächlich einen kleinen Fehler gemacht, nämlich ich habe unseren Speer doch hier oben hingeschickt und das werden wir in dieser Folge korrigieren. Wir werden ihn doch hier hinten hinschicken und das hat einen speziellen Grund. Dieses hier, dieser Thronkelch oder wie man ihn auch immer nennen soll, das ist der Zielort für eben jene Sache hier. Ja, es gibt in gewisser Weise Sinn. Da, da. Und da müssen wir hin. Das heißt, wir werden einmal mit dieser Armee von Nerdhilde uns die Hunde hier holen und dann gehen wir weiter hier oben die Straße entlang und erkunden diesen Bereich hier. Dabei lassen wir natürlich unsere Stadt relativ stark ungeschützt und das ist leider so. Wir haben hier eine kleine Armee drin und hoffen einfach mal, dass das gut geht, denn wir brauchen die Punkte, um Schnittfort anzuschließen, damit das dort ein bisschen schneller geht und damit wir dort einfach diese Stadt anschließen, denn wir liegen im globalen Vergleich als Fünfter von 5 nicht allzu weit vorne und da müssen wir definitiv etwas machen. Wir sind, was Magier und Wirtschaftsrang angeht, nicht so schlecht mit dabei. Militärrang sieht nicht so gut aus, deswegen, da werden wir weiter dran arbeiten. Und die nächste Stadt ist für mich halt Schnittfurt und idealerweise, wenn das hier beseitigt ist, bauen wir da oben noch eine Stadt. Das sieht hier mit diesem ganzen Goldverkommen und so. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Wald gibt es ja auch ein bisschen, ist auch ein bisschen weiter weg. Alternativ können wir gucken, ob wir Hochhall uns hier holen als zusätzlichen Freund. Das wäre auch nochmal eine Möglichkeit, aber das sehen wir dann alles in Zukunft. Das wäre auch eine gute Sache, dann können wir uns mit Nerdistan hier oben hin ausbreiten und dann in diesem Bereich, wenn wir uns dann noch diese Stadt einverleiben in Zukunft. Das, denke ich mal, ist auch eine Möglichkeit, dann wären wir bei 3 von 3. So, aber das wollen wir heute nicht machen. Wir gehen weiter und werden uns jetzt einmal diese Hunde hier annehmen. Jetzt müssen wir erstmal dort gucken, das haben wir gesehen. Und hier möchte ich jetzt tatsächlich einmal den automatischen Kampf mir angucken und einfach mal sehen, wie das hier funktioniert mit unseren Truppen. Ich denke, wir sind ihm durchaus überlegen, aber nur, wenn wir der KI erlauben, eben die Zauber zu wirken. Denn durch die Zauber haben wir den großen Vorteil, dass wir eben hier die Entfernenhunde mit unseren Eis-Zaubern relativ gut angreifen können. Und jetzt werden wir mal hier oben auf das Mana achten. 3,75. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die KI diese Sachen wirkt. Boah! Mensch! Der hätte fast die gute Nerdhilde umgebracht! Du Schlawiner, du! Das gibt es doch nicht. Aber sie lebt noch. Ja, sie lebt noch. Okay. Er hat aber tatsächlich kein... Doch, er hat einen Zauber gewirkt. Alles klar. Er hat einmal einen Zauber gewirkt. Sehr gut. Jetzt sollten wir der Nerdhilde eine kleine Pause auf ihrem Ross gönnen. Und das kann sie machen, indem sie einmal in diese Richtung dort oben hin reitet. Sie hat eine böse Präsenz. Ein Drachennest ist ein Anblick der Erschrecken, der Ehrfurcht und viele ähnliche Gefühle hervorruft, die man in Gegenwart von etwas Abgründigen und Ursprünglichen haben kann. Ja, egal ob es sich bei dem Bewohner des Nestes um einen uralten Drachen aus dem Zeit der Riesen oder jüngere Wiefern handelt. Darüber gesprochen kümmern wir uns drum. Das Problem ist natürlich, dass die hier in ein paar Runden, in 0-3 Runden eine Stärkung erfahren werden. Das heißt, bis dahin müssen wir in irgendeiner Art und Weise hier unten kampfbereit sein. Gucken wir mal. So. Tag 17 bricht an. Wir haben eine Nachricht erhalten. Oh, 85. Vaneri hat eine persönliche Präferenz für dein Vorgehen. Reiche mit einem einzigen Volk. Dies verbessert eure Beziehung. 150. Nice. Dann sollten wir mal, meine Liebe, gucken, ob wir die offenen Grenzen machen. 150 Gold würdest du dafür haben. Okay, das muss ich mir dann nochmal überlegen. Aber das fände ich tatsächlich eine ganz gute Sache. So, Befehle. Ja, ihr geht da oben hin. Wir gehen aber mal über den Weg. Bitte. Einmal da hin. Da haben wir jetzt nicht die Zeit für. Ich will mir den da oben holen. Das ignorieren wir mal. Wir holen uns das da. Das macht, glaube ich... Ja, das weiß ich doch. Das macht mal, glaube ich, mehr Sinn. Und du könntest dir trotz alledem nochmal den hier holen. Ja, das hat jetzt eher weniger gebracht. Ein Seidenversteck. Nee, wir gehen weiter. So, da unten bitte. Einmal durch den Wald. Da sind wir mal ein bisschen... Vorsichtiger Kontakt mit den feindseligen Insal-Tour. Baronin Ayn bis Oednacht aus der Freienstadt der Insal-Tour empfängt dich mit Feindseligkeit. Wir unsterbliche Tyrannen aus Insal werden für unsere Freiheit kämpfen und allen die Stirn bieten, die unsere Freistadt bedrohen. Und selbst wenn sie eine Königin, die so wunderschön seid, wie ihr es seid, anführt. Tja. Wir können uns die Stadt ja mal angucken. Ach, du grüne Neune. Ja, sind wir echt im Krieg? Warum? Habt ihr doch nix... Habt ihr doch nix getan, ey. Oh Gott, ey, Leute, 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 Leute. Schickt ihr das Arbeitsamt. Na gut. Das ist natürlich jetzt extrem uncool. Dann habe ich mir spontan dazu entschlossen, dass wir doch oben rum gehen werden. Oh Mann, ey. Das ist natürlich jetzt extrem unschön. Da müssen wir jetzt echt... Da müssen wir jetzt auch 192 bezahlen. So viel zu dem Thema, wir verdienen genug Geld, ne? Mist. So, ihr bleibt da stehen. Das wird unsere erstmal-Verteidigungsarmee. Tja, und jetzt bin ich ernsthaft zu überlegen, ob wir uns hiervon noch einen holen. Wenn wir schon dabei sind. Auf der anderen Seite müssten wir echt jetzt gucken, dass wir den Markt beschleunigen. Das macht keinen Sinn. Wir warten erstmal, bis der Markt fertig ist. In zwei Runden sehen wir weiter. Und in vier Runden können wir die Bevölkerung vergrößern. Und ich bin am überlegen, ob wir das jetzt schon machen. Die Frage ist nur, wenn wir das jetzt machen, ist die Frage, was es uns bringt. Wir könnten hier maximal noch einen Steinbruch bauen oder eine Försterei. Ne, wir lassen das. Das lassen wir ganz regulär vergrößern. Das bringt, glaube ich, momentan eher weniger. Bei den Siegbedingungen hatte ich hier auch nochmal geguckt. Die Blutzahnferkel. Da kümmern wir uns drum. Aber noch 19 Runden Zeit. Sind wir hier unterwegs? Nix, nächste Runde. So. Rakshagi. Das ist überhaupt kein Problem. Du hättest in jeder Runde, in der ein Herrscher, mit dem du nicht im Krieg befindest, in deinem Gebiet betritt, fünf Punkte. Damit kannst du den, entschuldigt bitte, damit kannst du den jeweiligen Herrscher beschuldigen oder ihm den Krieg zu erklären. Ohne, oder ihm den Krieg erklären. Also, ach Gott, das Deutsch ist tatsächlich nicht das Beste. Also, so, wir bekommen diese Rechtfertigungspunkte. Das kennt man aus anderen Spielen, womit man sagt, okay, Civilization VI hat ein ähnliches Konzept, womit du den Mali verringerst, wenn du einen Krieg erklärst. Und das ist hier im Prinzip ähnlich. Es gibt diese Kriegsrechtfertigungspunkte und damit kannst du dann gewisse Sachen machen, zum Beispiel, ihr seht hier unten Beschuldigte gegen gegnerischen Herrscher mittels fingierten Konflikten verschafft. Diesen Konflikten gegen dich ist auch, also, okay. Okay, also, am Ende des Tages wird das damit einfach ein bisschen einfacher, Dinge zu machen gegen ihn, weil ihr Rechtfertigungen besitzt, zum Beispiel auch ihm im schlimmsten Fall einen gerechtfertigten Krieg zu erklären, anstatt eines ungerechtfertigten Kriegs. Das sind im Prinzip ähnliche Konzepte, wie man das aus Civilization VI oder so auch kennt. Also, das ist da nichts Neues. Wenn euch das genauer interessiert, dann erkläre ich das gerne nochmal in der nächsten Folge ein bisschen genauer. So, Rivalität von... Ach Gott, nicht du auch noch, ey. Warum denn? Naja. Ist mir im Prinzip auch egal. Wir wissen bei den beiden übrigens nach wie vor nicht, wo die sich aufhalten, ne? Ähm, hier unten, aber auch durchaus ist es möglich, dass sie sich in der Unterwelt befinden. Mh, das haben wir gesehen. Und wir sollten tatsächlich jetzt gucken, dass wir mit ihr die offenen Grenzen machen. Das würde ich nämlich jetzt gerne machen, dass wir hier einfach einen guten Partner bekommen. Und als nächstes würde ich gerne gucken, dass wir so in Richtung, ähm, weiß nicht, Provinzanspruchpakt. Könnte man durchaus machen. Aber wir können auch, ähm, uns langsam in Richtung Verteidigungspakt bewegen. Mhm. Das ist das, was ich gerne machen würde. Dazu brauchen wir natürlich noch bessere Reichsbeziehungen. Aber da arbeiten wir dran. Also das Nächste, was ich machen möchte, ist hier ein Verteidigungspakt. Und ich denke, damit sind wir einfach dann besser abgesichert. So, das ist das Thema. Und solange er hier unten auch still ist, brauchen wir, denke ich mal, dort auch keine großen Armeen hinschicken. Deswegen nehmen wir jetzt erstmal ihn. Gehen einmal da oben hin. Ah, das sind unsere Schweinchen. Sehr gut. Dann werden wir dich einmal warten lassen und die Truppe reparieren. Und mit dir bewegen wir uns da hinten hin. Und dann gucken wir erstmal, wie es bei unserem neuen Freund hier unten aussieht. So, du gehst da oben rum. Können wir mal gucken, was es hier alles gibt in Innsaal. Und ihr bleibt bitte dort stehen. Genau, nächste Runde. Dort gibt es dann den Mark, die weiße Hexe. Das bedeutet ein bisschen mehr Geld. Mana müssen wir uns dann nochmal anschauen. Nächste Runde. So, er ist immer noch bei uns. Er kann uns übrigens auch angreifen. Ähm, ohne Krieg. Äh, kann. Muss nicht. So, Minus... Warum denn? Positive Erstkontakt. Reiche mit Vasallen. Rivalitätserklärungen. Passive Modifikationen. Gerade getroffen. Klingt ab. Beleidigung ausgesprochen. Bedrohungsstufe bedroht. Minus 400. Warum? Du hast ausreichend Kriegsrechtfertigung und könntest den Kampf führen. Ähm. Wir könnten versuchen, den Konflikt beizulegen. Überprüfe die und verwalte Konflikte. Du kannst dich von Konflikten, die der Gegner hat, freikaufen. Ähm. Hm. Nö. Nö. Nö, muss ich nicht haben. Nö, nö. Alles gut. So, jemand ist in dein Gebiet eingedrungen. Wie stark ist denn die Armee? 400. Ah, wir können damit noch gegen dich anstinken. Das geht im Moment nicht. Wir müssen erstmal zusehen, dass wir hier diese Schweinchen da reparieren. Ähm. Killen. Deswegen müsst ihr da bitte noch eine Runde ausharren. So. Die weiße Hexe wurde produziert. Das ist super. Wir haben einen Markt gebaut. Das erhöht die Einnahmen wiederum ein bisschen. Und wir haben eine Produktion festzulegen. Das machen wir auch. So. Jetzt sind wir hier noch nicht sehr viel weiter. Ich wollte ja gerne die Armee mit Rittern auffüllen. Deswegen schauen wir mal hier einen Bannerträger. Ne. Wir wollen die Armee mit Rittern auffüllen. Ähm. Zwei Stück hätte ich gerne noch. Dann kommt noch ein. Dann kommt noch ein. Eine Spezialeinheit dazu. Unser. Unseren Held. Den wir noch nicht rekrutieren können. Hm. Und jetzt ist die Frage, ob wir noch irgendetwas bauen. Wir könnten tatsächlich das hier bauen. Das dauert zwei Runden. Kostet auch nicht allzu viel. Oder die Wehrgänge. Das fände ich sogar noch besser. In Anbetracht der Bedrohungslage. Ja. Ich denke, wir sollten das machen. Gerade wegen dem Bogenschützenposten. Wir machen das. Wir bauen erstmal die Wehrgänge. Werden ein bisschen mehr Geld uns besorgen. Und hoffen, dass wir in zwei Runden dann genügend Geld zusammen haben, um die Zitadelle zu bauen. Um unsere Stadt dann ein bisschen weiter aufzuwerten. So. Verzauberter Krenbegleiter. Das ist super. Wir wählen gleich die neue Forschung aus. Werden das aber direkt aktivieren. Damit wir das in einer Runde wirken können. Damit wir die Sichtweite bekommen. Das finde ich eine sehr, sehr gute Sache. So. Wähle ein neues Buch. Ja. Das ist jetzt der Punkt, den ich schon mal angesprochen hatte. Wie, was machen wir jetzt? Wie funktioniert das? Also grundsätzlich ist die Forschung ja in Büchern aufgeteilt. Und die Bücher bringen uns diese neuen, die neuen Zauber. Also, oder auch Errungenschaften. Nennen wir sie Errungenschaften. Das können ja diverse Sachen sein. Kampfzauber und solche Sachen. Und jetzt haben wir bei der, beim Magier-Sieg, was ja so ein bisschen der Forschungssieg ist. Hätten wir jetzt die Möglichkeit, ein Buch der Stufe 5 zu erforschen. Oder errichte eine Affinität. Jetzt ist das erstmal egal, aber wir müssen ein Buch der Stufe 5 erforschen. So. Kriegen wir das hin? Wir haben jetzt natürlich hier ein Buch der Stufe 1. Und müssten irgendwo ein Buch der... Wo ist es? Wo ist das Buch, was wir erforscht haben? Muss ich gerade mal gucken, welches Buch haben wir gerade erforscht? Da. Das Buch der Kryomantie. Und da könnten wir jetzt weitergehen. Ihr seht, das ist ein Buch gewesen, eben der Schattenaffinität. Wir können jetzt das Buch der Seelengeh uns holen und dort in die Schattenaffinität weitergehen. Dann das Buch der Nekromantie und so weiter und so fort. Sodass wir dann hier unten in ein Buch der Stufe 5 kommen. Das Buch des ewigen Fürsten. Und dann hier weitergehen. Wir können aber auch umschwenken und sagen, wir hätten jetzt zum Beispiel einfach mal gerne noch ein Buch der Heraufbeschwörung oder sowas. Das wäre möglich, würde aber natürlich so ein bisschen, ich möchte gar nicht sagen, entgegen des Wissenschaftssieges gehen. Weil wir natürlich das dadurch verlangsamen, was wir machen. Und nicht straightforward im Prinzip diese Buchreihe hier unten durchgehen. Das heißt, wir könnten jetzt das im Prinzip einmal durchtaggen und uns das alles holen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Schattenaffinität hier bei uns wirklich die richtige ist. Also diese Kryomantie hat uns durchaus was gebracht, weil Kryotechnologie und so ein paar Sachen sind natürlich für die Eiskönigin gut. Bei dem Rest Armee Seelenbinden, Seelenfeuer und sowas weiß ich nicht. Also das finde ich jetzt nicht so sehr passend. So Feuerbücher finde ich auch nicht so passend. Was man machen könnte, wäre das Buch der Wurzeln. Sowas in die Richtung Giftpfeile, Giftklingen und sowas finde ich eigentlich auch ganz okay. Das Buch der Tiere, denke ich mal, ist auch eine Sache, da kann unsere Eiskönigin auch durchaus mithalten. Und vor allen Dingen Tierverbündete, eine Wildsprecherin. Das sind Sachen, die würden auch rollenspielerisch sehr gut passen. Das Buch der Verzauberungen finde ich ja persönlich ganz gut. Buch des Gesteins. Das wäre halt eine Sache, da könnte ich mir auch gut durchaus vorstellen, dass wir das durchtaggen. Gehärtete Schilde, Sucherpfeile. Wir hätten hier zum Beispiel das Buch der Winde. Finde ich auch ganz passend. Der Kunstgriffe, da gibt es ein paar schönere Waffen, die Belagerungsmagie, Bolzen, Meerlader und so weiter. Also das ist eine schöne Sache, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Feuerprobe, müsste man überlegen, ob das passt. Auf der anderen Art und Weise gibt es noch das Buch der Horde. Das finde ich jetzt nicht so gut, dass so Gluthorden oder sowas passt jetzt nicht ganz so gut zu uns. Oder halt wirklich, dass wir jetzt ganz konsequent in Richtung der Magie gehen. Und also Astralaffinität, das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Blitzfokus verursacht Blitzschaden. Oder 15 Blitzschaden, Leiden, Blitzklingen. Das finde ich auch eine sehr schöne Sache. Und bevor wir das machen, gucken wir uns nochmal einmal hier und... Ah, verdammt. Ah, Mist, wir können den Drachen nicht mehr sehen. Der hatte auf jeden Fall... Also Feuer ist, denke ich mal, bei einem Drachen eine Sache, wo uns allen klar ist, Feuer braucht der jetzt nicht unbedingt. Ähm, tja. Deswegen ist die Frage, in welche Richtung wir gehen. Das Buch der Abwehr, das finde ich eigentlich auch ganz passend für uns. Ähm, Blitzwiderstand, Feuerwiderstand, statischer Schild. Wobei mich persönlich ja am meisten anspricht, weil wir ja durchaus... Wir sind ja nun auch Menschen. Und ich glaube, passend zu unserer Eiskönigin, die ja auch... Man kennt das ja aus diversen Filmen... ...durchaus auch riesige Kunstwerke erschaffen hat... ...finde ich eigentlich das, ähm... ...nicht das Buch des Eiferers. Das Buch der Verzauberung, diese Richtung hier eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist hier, das ist nun die Materiumsaffinität und endet darin, dass wir auch die Feuerprobe haben. Oder das Buch des Goldenen Reiches mit vergoldeter Explosion, Gold berührt und so weiter. Ähm, das finde ich für eine Königin nicht schlecht. Dann gibt es durchaus auch das Buch der Feuerprobe. Warum sollen nicht Feuer und Wasser und Eis durchaus auch mal zusammen sein? Wir müssen ja auch irgendwie unsere Waffen schmieden. Das macht dann Olaf, ähm, oder andere Leute. Und das Buch des Schöpfers, das finde ich eigentlich ganz, ganz passend. Und ich denke, das würde uns hier am meisten helfen. Die gehärteten Schilde, ähm, Pfeile, die dann zusätzlich zu der Eismagie noch ein paar mehr Sachen bringen. Äh, ich denke, wir gehen wirklich in diese Richtung. Jetzt ist die Frage, ob wir das Buch des Gesteins nehmen. Das wäre zum Beispiel eine Steinhaut, weiß ich nicht, oder ein Erdwesen. Ähm, ich denke, wir werden beim Buch der Verzauberung bleiben und werden uns dieses hier annehmen. So, und wir werden uns das holen. Und damit ist die, äh, physische Fernkampf verzaubert und hat eine höhere Reichweite. Finde ich auch mega gut. Und ich glaube nach wie vor, dass die Kombination mit unseren Einheiten hier sehr, sehr, sehr gut sein kann. Ähm, oder, und ist. Ähm, weil die, die Einheit, äh, so bessere Waffen und höhere Reichweiten und so weiter. Die Materiumsaffinität ist, denke ich mal, eine Sache, die uns hier durchaus voranbringt. Und, das bedeutet natürlich auch, dass wir in der Materiumsaffinität uns hier schneller ausbreiten werden. Ich glaube, das ist auch so die, die richtige Sache. Astral ist natürlich auch eine schöne Sache. Ähm, wir sind ja auch astrale Wesen und wir zaubern natürlich auch. Das ist natürlich auch unser, unser Wesen. Schatten ist eher, so Chaos ist gar nicht unseres. Das machen wir definitiv nicht. Schatten ist in uns drin, aber jetzt nicht das, was, äh, groß rauskommen soll. Weil wir ja keine Schattenwesen sind. und Ordnung und Natur ist so, ja, ist okay. Kann man mal haben. Aber ich denke, Materiumsaffinität, das ist schon eine gute Sache, dass wir uns in diese Richtung weiterentwickeln. So, dann gehen wir einmal hier weiter. Wir haben hier offene Grenzen. Und wir dackeln mal da unten lang. Sieht alles sehr interessant aus. So. Er hier irgendwelche Truppen? Ich glaube nicht, ne? Dann gehen wir mal schnell wieder raus aus seinem Reich. Ach, guck einer an. Da ist er, ein Außenposten. Nein, er ist ja kein Wunder, dass er uns nicht mag, ne? Der hat ja mit Sicherheit seine Finger mit dem Spiel gehabt. Unglaublich, du Schlawiner. Du Schlawiner. Nun gut. So, Schnittfurt ist hier. Und dann können wir eigentlich schon. Hey, wir müssen noch ein bisschen aus sein, bevor wir uns um die Schweinchen kümmern. Wie stark sind die Schweinchen? 300. Ja. Ja, Sturmheed hebt den Verteidigungsmodus auf. Ja, da müssen wir auf jeden Fall erstmal noch ein paar Runden warten, bis unsere Truppe geheilt ist. Das wird so einfach nicht möglich sein. So. Ach Gott, wer seid ihr denn? Vorboten des Unglücks. Ähm, ein verzweifeltes Mitglied aus dem Rat der edelmütigen Eisennerd. Er bittet, dringend eine Audienz. Schreckliche Nachrichten, o Königin. Unsere Speer haben eine Armee von korrupten Sehnen, deckt die durch unser Land Streifen. Unsere Vorfahren haben Geschichten über diese Kreaturen erzählt und sie als Todbringer bezeichnet. Man könnte quasi sagen Todesser. Und dass eine Begegnung mit ihnen 77 Jahre Pech beschert. Nicht 78 Jahre, dann sind wir nämlich tot. Und wir müssen sie sofort verjagen. Tja. Das ist jetzt in der Tat ein Problem. 30 Runden könnten wir schaffen. Alle Städte verlieren für 6 Runden 17 Stabilität. Never. Tja, wir könnten das machen. Wir bekommen den Bonus auf Stabilität. Ähm, ich denke wir sollten das tun. Damit wir auch den Kampf... Sie hat eine beanspruchte... Oh nein. Jetzt hat die da auch noch einen Außenposten gegründet. Och du Numenus, ey. Was soll denn das? Hm. Äh. Okay. Im Antrag der Richtung, in die wir uns bewegen, möchte ich diesen Konflikt gerne beilegen. Wenn du das Vergehen des gegnerischen Herrschaft verzeihst, wird dir der Konflikt entfernt. Dies zählt als gute Tat und gewährt einen Beziehungsbonus. Das wollen wir tun. So. Und dann sind wir damit bei 300. und könnten gucken, dass wir... Wo war's? Wo war's? Wo war's? Hm. Einfach da oben. Verteidigungspakt. Das geht am... Es ist zu früh. In zwei Runden können wir es erneut versuchen. Das sollten wir auch machen. Und dann können wir noch einmal schauen. Kontaktinformationen... von ihm. Nee, ich würde gerne wissen, wo er ist. Ob sie das weiß? Sie geben 20. Moment, aber ich weiß doch gar nicht, wo der Fritze ist. Kontaktinformationen... Kontaktinformationen... Ach so. Ich gebe ihr den Kontakt zu dem. Ähm. Okay. Entschuldigt. Ich dachte, das läuft wie in Stellaris. Das können wir gerne mal machen. Was brauchen wir denn am meisten? Gold. Okay. So. Das haben wir gesehen. Das ist natürlich ärgerlich, dass sie jetzt hier einen Außenposten baut. Das bedeutet, dass wir umso schneller diese Stadt uns holen müssen, um diese dann mit unseren Punkten zu boosten, dass wir sie in diese Richtung hier entwickeln. Das ist dann umso, umso wichtiger. Und hier hinten müssen wir auch noch einen Außenposten bauen. Und Hoch-Hall-Hall will ich eigentlich auch noch bekommen. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Gut. Jetzt müssen wir in der nächsten Folge uns darum kümmern, dass wir diese, ähm, Perkel holen. So. Einstellung wurde zu gut geändert. Deine Einstellung hat sich von neutral zu gut geändert. Plus 100 Beziehungen auf freie Städte. Sehr, sehr gut. Zufällige Ereignisse haben eine 10% höhere Chance, positiv zu sein. Das ist eine sehr schöne Sache. Und das bringt uns hier nix. Bringt uns das hier unten irgendwas? Ähm. Leider auch nicht. So. Ein Zauber ist bereit. Einverzauberter Krähenbegleiter. Ja, bitte. So. Damit haben wir unsere Speer eine höhere Reichweite. Und wir können Frostpfeile oder Schneestürme machen. Das lassen wir nochmal sein. Und wir können, die Reichsentwicklung ist verfügbar. Das finde ich eine gute Sache. Wir gucken uns hier unten mal die Materiumsaffinität an. In diese Richtung wollen wir jetzt ja gehen. Und wir können eine weitere Provinz annektieren. Auch das müssen wir uns angucken. Das machen wir gleich. Jetzt gehen wir erstmal hier rein. Ich würde gerne gucken, was uns das bringt. Der Bau eines Außenpostens kostet 50% weniger. Äh. Außenposten. Ja. Provinzverbesserung gewährt plus eine Stadtstabilität. Pro angegänzter Provinzverbesserung dieselben Typs. Das finde ich gut. Der ist noch nicht fertig. Der auch erst in der nächsten Runde. In der nächsten Runde. Erhält der Einflüsterstein. Oh. Den holen wir uns in der nächsten Folge. In der nächsten Runde. Ähm. Immer wenn eine Forschungsfertigkeit erforscht wird, werden die Wissenskosten einer zufälligen Fertigkeit in 25% verringert. Das finde ich auch gut. Das können wir uns auch holen. Die Einheitenversorgung von Einheiten magischen Ursprungswert um 20% reduziert. Die drei finde ich gut. Das sollten wir alles machen. Dann. Wir brauchen bei Einheitenversorgung gerade minus 20. Das wird uns eine ganze Menge bringen. Das ist super. So. Du gehst weiter in die Richtung. Ich frage mich echt, warum die hier hinten nichts macht, ey. Sehr schade. So. Einmal da lang. Eine Vater-Eiche. Nicht schlecht. So. Befehle erforderlich. Wunderbar. Die nächste Armee ist im Bau. Du wartest dort bitte ab. Und dann geht es auch schon in die nächste Runde. So. Er versucht sich da unten. Höh. Das ist gut. Mach du mal. Dann müssen wir das nicht machen da unten. So. Ach verdammt. Wir haben in Nerdistan vergessen uns zu erweitern. Das müssen wir jetzt definitiv als allererstes machen. Und die Gebäude hier auch bauen. Jetzt ist die Frage, ob wir... Tja. Jetzt in die Richtung entwickeln. Das ist mir hier oben nach wie vor zu unsicher. Wir sollten tatsächlich noch eine Arm bauen. Auch hier unten. Was bringt uns das? Plus 5. Ich denke, hier hätten wir zumindest noch die Möglichkeit auf einen Steinbruch. Wir werden uns mal eine Fischereiprovinz holen. Damit wir ein bisschen schneller die nächsten Bevölkerungen boosten. Und dann sind wir bei 400. Und damit wollen wir jetzt die Zitadelle bauen. So. Das ist das Thema. Hier wurde ein Kompliment ausgesprochen. Ah gut. Eine diplomatische Mösung wird den Sieg sichern. Ich hoffe, dass wir beide von euren Beziehungen zur Schnittfort profitieren werden. Das hoffe ich auch meine Beste. In der nächsten Runde werde ich dich nämlich nach einem Verteidigungspakt fragen. Und ich hoffe, dass du diesen annehmen wirst. So. Eine freie Stadt. Ja. So tun wir das. Wir werden das integrieren. Oh. Das kostet uns die gesamte... Ha. Ja. Wir machen das. Ah. Edelmütige Eisennerds von Schnittfort müssen dich als ihren König akzeptieren. Eine neue Ära unter deiner Führung. Wir werden uns Schnittfort angucken. Schnittfort sind... Nein. Wir werden natürlich Schnittfort inspizieren. Die Jagd auf das Feuergeborene ist fehlgeschlagen. Ähm. Aufsag kompromittiert. Okay. Gut. Ja. Doof. Ähm. Ist jetzt... Ist jetzt aber wurscht. Dann können wir uns zumindest um diese Sachen hier hinten noch kümmern. Ähm. Ich hätte jetzt erwartet, dass das noch ein paar Runden dauert. Aber okay. Gut. Dann können wir auf jeden Fall einmal das erweitern. Und wir könnten jetzt natürlich gucken, dass wir uns hier Richtung des Außenpostens bewegen. Und dort... Blub. Tja. Sie kriegen einen Konflikt. Ne. Das will ich nicht riskieren. Nein. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Wir könnten aber zumindest hier eine Försterei bauen. Das finde ich gut. Ähm. Das will ich nicht... Das will ich nicht riskieren. Nein, nein. Das machen wir nicht. Okay. Gut. Also das sieht sehr gut aus. Das ist unsere nächste Stadt. Das ist Schnittfort. Damit sind wir jetzt bei zwei von dreien. Und wir müssen hier natürlich auch gucken, dass wir ein bisschen was bauen. Ein Verkäufer. Das bringt uns Einnahmen. Das macht Sinn. Gold ist nicht zu unterschätzen in diesem Spiel. So. So. Freistaat kann integriert werden. Das haben wir gesehen. Und damit ist euer Flüsterstein frei. Den geben wir hier hin. Und das bringt uns übrigens zu der Situation, dass wir diese Sachen nicht mehr machen können. Was aber nicht so schlimm ist, weil wir diesen Flüsterstein gerade nicht mehr brauchen. Ähm. Vielleicht in der nächsten Runde. Ist aber gerade egal. So. Das können wir momentan... Das... Was haben wir da? Jede Stadt in deinem Reich verliert minus eine Bevölkerung. Ruft aber sofort drei Ein... Uh. Und erhalte einen Flüsterstein. Armen gewärmt plus fünf Nahrung. Das sollten wir uns dann wahrscheinlich in der nächsten Runde holen. Das ist, denke ich mal, auch ganz praktisch. So. Regenbogenklee erhalten. Klar. Der gehört jetzt halt uns. Richtig. Und eine neue Reichsentwicklung ist verfügbar. Das haben wir uns angeguckt. Wir wollen auf jeden Fall jetzt nächstes das hier haben. Damit unsere Städte noch schneller wachsen. Sehr schön. Gut. Dann haben wir damit Nerdistan und Schnittfurt. Und ich will eigentlich nach wie vor den Drachenbau hier weg haben. Denn ich finde diese Ecke hier oben als weiteren Außenposten sehr, sehr schön. Und auch Hochhall finde ich eine wunderbare Ecke. Und vor allen Dingen auch die Stadt finde ich eine super Sache. Das können wir auch noch integrieren. Wir können eigentlich auch hier die Gefolgschaft stärken. Das machen wir auch. Und das wäre dann für mich in Zukunft Stadt Nummer drei. Wir sind ja eine gute Königin. Und warum soll man diese Städte nicht in unser eigenes Reich integrieren? Jetzt bin ich mal gespannt, auf welchem Punkt wir sind. Immer noch auf Platz fünf. Ach, schade. Na gut. Expansionsrang nur noch Platz fünf. Wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. So. Dann gehen wir mit unseren Einheiten weiter. Einmal da lang. Ah, verdammt. Da war ein Turm. So. Wir könnten uns die hier holen. Der ist... Ui. 500? Okay, vielleicht gehen wir mit den Truppen einfach mal nach Hause. Stellen uns in den klaren Wald. Trinken ein Süppchen. Und heilen uns erstmal. Und hier möchte ich einmal da lang gehen. Gucken hier unten mal, was sich da ergibt. Und ihr werdet weiter ausheilen. Ja. Eine sehr, sehr interessante Entwicklung, was das Ganze hier nimmt. Schnittfurt ist jetzt ein Nerd. Und ich frage mich immer noch, wie die sich... Ähm... Die Hexenbrügge so stark ausbreiten können. Ähm... Und warum die bei der Expansion so weit voraus sind. Ähm... So klein finde ich uns jetzt gar nicht. Von der Größe her. Aber das sind alles Themen. Die gucken wir uns in der nächsten Folge an. Macht's gut. Bis dahin. Euer Strategienerd. Ciao, ciao. Ciao, ciao.